Weißt du was? Israel ist eine Nation des Antichristen. Weil die Bibel sagt, wer ist der Lügner, wenn nicht der, welcher leugnet, dass Jesus der Christus ist. Das ist der Antichrist, der den Vater und den Sohn leugnet. Das ist, was die Bibel tatsächlich lehrt. Warum sollten wir dann sagen, oh, sie sind Gottes Volk? Ja, weil das ist, was die Politiker uns sagen. Das ist, was die Republikaner uns sagen. Es gibt Politiker, die dort gehen, ihre Hand an dieser Wand zu legen und ihre kleine, autistische Bewegung gegen die Wand zu machen. Lass mich dir etwas sagen. Das ist kein göttlicher Ort. Das ist keine göttliche Tat. Das ist keine christliche Sache. Das Judentum ist eine Religion, die leugnet, dass Jesus der Messias ist. Das ist böse. Aber wir sollen glauben, dass wir jüdisch-christlich sind, oder? Nee, ich bin kein jüdisch-Christ, nur Christ. Nur Christ. Nicht jüdischer Christ, wenn überhaupt, okay? Ich bin kein jüdischer Christ. Nenn mich nicht so. Na, aber wir fehlen alle dieselben Gott. Außer den Muslimen. Die Muslime fehlen nicht den selben Gott, und die Juden auch nicht. Weißt du, was den wahren Gott auszeichnet? Dreieinigkeit. Vater, Sohn, Heiliger Geist. Wenn du Vater, Sohn, Heiliger Geist nicht anbetest, verhörst du Gott nicht. Denn wenn du den Sohn leugnest, hast du den Vater nicht. Aber wer den Sohn anerkennt, hat er auch den Vater. Wenn es also nicht die Dreieinigkeit ist, ist es nicht Gott. Der Gott der Islam ist nicht die Dreieinigkeit. Der Gott der Juden ist nicht die Dreieinigkeit. Wenn es nicht der Vater, Jesus und der Heilige Geist ist, hast du den falschen Gott. Das ist nicht kompliziert. Doch heute wird uns beigebracht, dass wir Israel unterstützen müssen. Wir müssen gegen andere Nationen kämpfen, um Israel zu schützen und den Interessen Israels zu dienen. Gib ihnen Geld. Leute, wir sollten nichts mit Israel zu tun haben. Das geht uns nichts an, das ist ihr Problem. Lasst diese Leute auf der anderen Seite der Welt kämpfen. Wir sollten uns nicht auf dieses Problem einlassen. Wir sollten nicht versuchen, die ganze Welt zu beherrschen. Das ist nicht unser Platz. Aber Christen sind darin verwickelt, oder? Das ist nicht unser Platz.